Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Asti, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiß Erfurt auf dem Podium hiervon. Begrüße ich wie immer unseren Cheftrainer Benjamin Kirsten und einen spontanen Gast mit Ralf Minge. Zu Beginn zum Trainer. Wie ist die Trainingswoche verlaufen? Wie schwer wiegt der Ausfall von Michael Hefler? Und wie ist der Stand bei Dennis Erdmann? Das waren schon etliche Fragen. Da kann man eine ganze Pressekonferenz füllen damit. Aber ich halte mich da mal ein bisschen kurz. Wird sicher jeder verstehen, dass es aus Trainersicht keine gewöhnliche Woche war bisher. Es ist einiges passiert. Mit dem Highlight natürlich am Montagabend für alle Beteiligten. Dann die Botschaft, dass der Michael Hefler eine Weile ausfällt. Die Bedeutung des Spielers ist, glaube ich, jedem bewusst geworden in den ersten Wochen. Spontane Reaktion war, dass wir auch da Lösungen finden werden. Wir haben genügend und auch genügend gute Spieler im Kader und werden da sicher was Gutes hinbauen. Dann die Schrecksekunde im Training gestern mit dem Dennis. Gott sei Dank ein Stück weit Entwarnung insofern, dass zunächst Schlimmeres zu erwarten war. Und es im Moment so aussieht, dass er eine Knieprellung hat, ist sehr schmerzhaft. Wir haben entschieden, gemeinsam mit unserem Doktor, dass er das Abschlusstraining heute nicht mitmacht. Dass ihm die Ruhe heute nochmal gut tut. Und wir dann morgen früh oder morgen zum Aufwärmen spätestens sehen, ob er einsatzfähig ist oder nicht. Das steht also ein großes Fragezeichen in dem Einsatz von Dennis. Von daher haben wir zusammengefasst sicher eine etwas unruhigere Woche als die Wochen zuvor. Nichtsdestotrotz sind wir gut im Training und bereiten uns sehr konzentriert auf Erfurt vor. Wagen wir noch einen Ausblick auf Erfurt. Trainer, wird das kommende Spiel vor allem eine Herausforderung für die Köpfe deiner Spieler? In erster Linie geht es natürlich darum, die Gesamtbelastung zu sehen. Wir haben in den letzten Wochen sehr intensiv gearbeitet, haben viele Spiele schon gehabt. Jetzt in kurzer Zeit, auch in kurzen Zeit, Abständen und so ein Montagabend. Der ist natürlich auch mal zwei, drei Tage in den Knochen. Das ist klar. Also es geht immer um die körperliche Komponente. Wir haben zunächst regeneriert, haben uns dann wieder gestern mit Inhalten beschäftigt. Wir haben das heute nochmal tun, sodass wir glauben, dass wir gut vorbereitet sind auf das Spiel morgen. Und diese andere Überlegung, mentale Köpfe und so weiter. Ich glaube, das Thema sollte man nicht überstrapazieren. Das sind Jungs, die es gewohnt sind, alle paar Tage zu spielen und kriegen auch den Wechsel zwischen einem absoluten Highlight gegen Schalke oder dann den Alltag Erfurt gut hin. Da bin ich optimistisch, habe Vertrauen zu meinen Spielern, das geregelt kriegen. Und die Eindrücke im Training zeigen mir, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank soweit. Benni, du hast direkt nach dem rauschenden Pokalsieg gegen Schalke gemahnt. Was glaubst du, worauf es für euch als Mannschaft im Steigerwald am Samstag ankommt? Ja, ist richtig. Ich habe direkt nach dem Spiel gesagt, wie schön das auch ist, so ein Pokalspiel zu gewinnen. Vor allen Dingen gegen wen und in welcher Art und Weise. Mit der Leidenschaft, die wir an den Tag gelegt haben und die Geschlossenheit. Und ich denke, dass es genauso auch in Erfurt sein muss. Wir müssen die Leidenschaft sofort wieder umlegen auf Liga-Betrieb. Und unser Fokus ist nun mal auf der Liga. Und wir tun gut daran, genauso weiterzumachen, wie wir in der Liga auch aufgehört haben. Und ich denke, das ist jedem Spieler von uns auch bewusst. Danke dir. Ralf, du bist spontan mitgekommen. Vielleicht kannst du uns verraten, nach dem überraschenden Pokalsieg gegen Schalke haben sich vermeintlich die Vorzeichen mit dem Erreichen der zweiten Runde verändert. Welche Auswirkungen hat das für den Verein? Dass ich im Nachgang feststellen muss, dass mich der Mannschaftsrat schön über den Tisch gezogen hat. Bei der Prämienverhandlung. Nein, die Jungs haben sich jeden Euro diesbezüglich verdient. Mir ist es fast noch wichtiger, mal ein paar Sachen vielleicht grundsätzlich zu sagen. Eigentlich hatte ich vorerst, wenn die Jungs oder die Leute oder unsere Eliteeinheit Schutz brauchen oder ein bisschen Rückendeckung, dass ich mich da vorstelle. Aber es ist jetzt eine Situation da, die man vielleicht mal sachlich beurteilen muss. Wir sind als Verein reanimiert worden oder haben uns selber reanimiert. Wir liegen aber weiter auf der Intensivstation. Nicht mehr und nicht weniger. Das sollten wir uns bei aller Euphorie vor Augen halten. Dass auch in der Situation jetzt in hohes Maß an Demut gefragt ist. Wir haben sicherlich durch den Pokal neben der ideellen Komponente, neben der Außenwirkung, neben dem, wie wir uns präsentiert haben bei einem Live-Spiel, wo viel Lob und Sympathie rübergekommen ist, was sich die Jungs und das Trainerteam zu Recht verdient haben, haben wir sicherlich auch dadurch ein paar mehr Einnahmen. Und dort sind wir jetzt irgendwo ein kleines bisschen auch dabei, ein Spagat zu vollziehen. Auf der einen Seite hatten wir eine ganz klare Ausrichtung. Wie wir die Saison angehen, ich glaube, dass verschiedene Sachen ganz ordentlich funktioniert haben, dort werden wir keinen Millimeter abweichen. Keinen Millimeter. Also der Kracher wird auch jetzt nicht kommen. Definitiv nicht. Wir gucken natürlich und da sind wir uns auch mit dem Trainer einig, inwieweit wir noch Akzente setzen können. Auch in Anbetracht der Problematik Harti und Micha Hefele, wo ja eine der Wenn-Dann-Strategien jetzt in dem Moment nicht greift. Wo wir gesagt haben, okay, was passiert, wenn ein Hefele mal ausfällt. Da wäre Jan Hartmann sicherlich auch eine Option gewesen. Das sind zwei Spieler, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur der Mannschaft ein hohes Maß an Führung geben. Also wir werden die Situation weiter analysieren. Wir sind auch die letzten Wochen dabei gewesen, den Markt zu beobachten. Aber alles in dem Kontext, wie unsere Ausrichtung vor der Saison war. Parallel dazu, hoffe ich zumindest, gibt es uns die Möglichkeit, vielleicht auch mal so ein paar konzeptionell strategische Themen anzugehen mit den zusätzlichen Einnahmen. Wir haben uns weit rausgelehnt mit dem Trainingsplatz, mit verschiedenen anderen Sachen, aber aus Überzeugung. Wenn wir eine Mannschaft entwickeln wollen, dann wollen wir natürlich dem Trainerteam und den Spielern auch optimal ist. Das ist vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber die Bedingungen so gut wie möglich gestalten. Da wollen wir gucken, ob man, wie gesagt, jetzt im konzeptionell strategischen Bereich noch ein paar Sachen umsetzen kann. Das ist ja generell der Spagat, in dem wir sind. Das ist klasse, das ist schön, dass wir jetzt so gestartet sind, auch die Saison im Auge zu behalten. Aber ich habe es eingangs gesagt, wir liegen noch auf der Intensivstation. Da gibt es noch ein ganz paar andere Probleme, die existenziell sind, die wir in der Euphorie nicht aus dem Auge verlieren dürfen, sondern die wir parallel mit angehen müssen, um die Zukunft zu sichern. Das wollen wir ganz einfach. Auch in dem Moment, wo uns das allen gut tut, den Blick nach vorne nicht zu verlieren. Danke. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Christian hat sich gut erholt, er ist gesund. Und wenn er das Abschlusstraining auch in der Qualität heute so macht, wie ich mir das vorstelle, dann wird er sicher morgen auflaufen. Zweite Geschichte. Auch da gibt es mehrere Denkansätze, die wir uns anschauen, die wir auch im Training nochmal probieren wollen. Denn es ist kein Geheimnis, dass der Alban selber aufgeholt hat, eine deutlich andere Verfassung, eine bessere Verfassung ist, als das noch vor Wochen der Fall war. Und dementsprechend seine Position als Innenverteidiger, die jetzt frei wird, begleiten kann. Da werde ich sicher nochmal eine Nacht drüber schlafen, ob wir diese Lösung wählen oder eine andere. Aber das ist ja denkbar, dass der Alban aufläuft. Ja, ich brauche ja eigentlich nur die Phase nach dem Abstieg nehmen. Wo Leute bis an die Grenze der Belastbarkeit gehen mussten, um die Nummer so zu stemmen, wie sie sich jetzt darstellt. Und ich glaube, das hilft keinem weiter, wenn wir dann Weihnachten uns alle in der Klapsmühle treffen, weil wir ganz einfach über Monate absolut am Limit gearbeitet haben. Das bezieht sich in erster Linie natürlich auf den Christian Walter, der im Scouting eine überragende Vorarbeit geleistet hat. Martin Birner, der das Administrative umgesetzt hat, nachts Verträge geschrieben hat, Spieler vom Flughafen geholt hat, Wohnungen, Autos besorgt, etc. Der Henry, der das flankiert hat in Sachen Pressearbeit, nicht zuletzt auch der Trainer. Gut, das war jetzt so eine Stoßzeit, der in Doppelfunktionen ja Prozesse mit begleitet hat damals. Das ist unser Kerngeschäft. Der beste Beleg ist, glaube ich, die Mannschaft, die No-Name-Mannschaft, wo ja ein brutaler Vorlauf da sein muss, dass man diese Entscheidungen auch treffen kann. Wir haben ja in Summe gesehen, muss man ja sagen, innerhalb von fünf, sechs Wochen 20 Personalentscheidungen getroffen. So, und der Druck, ja, den kann man eigentlich gar nicht richtig beschreiben, den man dann hat. Freut man sich jetzt, dass es für den Moment so aufgegangen ist. Auf der anderen Seite ist das für mich der erste Ansatz, dass wir uns strategisch besser aufstellen. Das war, wie gesagt, gerade das Thema Scouting nochmal aufgreifen. Es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel der Hansi Greische jetzt punktuell mit dazu stoßen wird, uns unterstützen wird. Sicherlich nicht als hauptamtlicher Scout, aber wo ich auch schon im Vorfeld immer sehr großen Wert drauf gelegt habe. Oder wir auf seine Meinung. Es geht darum, in Sachen Vereinsphilosophie, Leitbild. Das sind alles Projekte, die ich nicht innerhalb von Tagen oder Wochen aus dem Boden stampfen kann, wo ich auch die Kapazitäten brauche. Um dieses Feld zu beackern, wo wir deutlich hinterher hinken. Das geht runter bis in den Nachwuchsbereich, wo im Januar eine Zertifizierung ansteht. Wo man auch sagen muss, dass der Jan Seifert einen riesen Job gemacht hat die letzten Wochen, um das Schiff einigermaßen auf Kurs zu kriegen. Das sind für mich, der ich jetzt für den Kernbereich Fußball verantwortlich bin, die Sachen, die mir am Herzen liegen. Unabhängig davon müssen wir weiter das Thema hier im Blick halten. Stadionverträge, das Thema Köln. Das sind alles Sachen, die on top noch kommen, wo ich dann mehr oder weniger auch mit involviert bin. Sowohl als auch. Also das ist der Spagat, den ich angesprochen habe. Fußball ist eigentlich Tagesgeschäft, vollkommen klar. Aber wir dürfen in der Situation nicht den Blick für die Zukunft verlieren. Wir müssen uns ganz einfach besser aufstellen, auch wenn es unter den wirtschaftlichen Bedingungen schwerfällt. Und da bin ich froh, dass ich mit dem Stefan jemanden habe, der dort auch absolutes Verständnis hat. Er ist natürlich klar, dass er als Cheftrainer die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz haben möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass viele Sachen ja auch so eingetreten sind, wie wir sie geplant haben mit dem Stefan zusammen. Und den Weg, den werden wir nicht verlassen. Also wie gesagt, der Kracher wird nicht kommen. Ich könnte ja einem Erdmann oder einem anderen Spieler, da könnte man ja gar nicht in die Augen schauen, wenn wir jetzt jemanden holen, wo wir genau wissen, der verdient das Drei- oder Vierfache und bringt plus 5 oder 10 Prozent mehr Leistung. Also das ist nicht unser Weg, den werden wir weiter beschreiten. Und diesen Spagat, den werden wir gemeinsam vollführen, dass wir sagen, okay, wir gucken, was wir machen können für die Mannschaft noch. Und wir gucken aber parallel auch, wie wir uns perspektivisch noch besser aufstellen können. Wie gesagt, das hilft keinem, wenn wir alle in der Klapse sitzen, Weihnachten. Dann fangen wir wieder bei Null an. Und das ist die Intention dahinter. Der Trainer ist immer ein Teil des Ganzen. Und darum geht es, die Mannschaft im Blick zu haben, die erfolgreiche Zukunft der Mannschaft vorzubereiten durch gewisse Dinge. Aber natürlich auch nicht aus den Augen zu verlieren, was den Verein als solchen auszeichnet. Oder was notwendig ist, um besser zu werden, um Dinge zu optimieren und so weiter. Das ist abgestimmt zwischen uns und mit uns, mit denjenigen, die im operativen Geschäft tätig sind. Und nach bestem Wissen und Gewissen treffen wir unsere Entscheidungen gemeinsam. Ja, das ist jetzt generell von der Rhetorik her, ist eben der Stefan ein bisschen ruhiger, strukturierter, ist ein bisschen emotionaler, wenn es um meinen Verein geht. Und Ideen, die sich damit verbinden, nein, wir hätten, der Spagat wäre nur einen Tick noch größer geworden. Also wir müssen beides im Blick haben. Wir müssen beides im Blick haben. Wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, wir sind reanimiert. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Denkt drei Monate zurück. Aber wir sind weiter auf der Intensivstation. Und dem müssen wir Rechnung tragen. Dass wir sowohl das Tagesgeschäft seriös und mit hoher Qualität bedienen und die Zukunft im Auge behalten. Die Zukunft unseres Vereins. Guter Vergleich, muss ich sagen. Intensivstation, reanimiert. Ich glaube, jeder Spieler, der letzte Jahr dabei war, der weiß ganz genau, was das für eine schlimme Zeit war. Und da reden wir jetzt über diejenigen, die ja im Prinzip direkt beteiligt waren. Da reden wir gar nicht über, jetzt weil er hier sitzt, der Henry oder der Bernie, die alle ebenso mit dem Herzen am Verein hängen wie jeder Fan. Und die nichts daran ändern konnten, dass wir das nicht geschafft haben. Ich fand das jetzt gerade, was gesagt wurde, finde ich unheimlich beruhigend für mich. Weil, und das glaube ich, kann jeder bestätigen hier im Raum, Zukunft des Vereins steht im Vordergrund. Und das tut unheimlich gut, das zu hören, dass der Spagat jetzt einfacher fällt, dadurch, dass wir die Runde weitergekommen sind. Und jeder einzelne Spieler von uns, der weiß auch ganz genau, dass der Verein nicht auf Rosen gebettet war nach dem Abstieg. Und, ja, macht mich innerlich ein bisschen ruhiger, dass der Ralf das jetzt so ausgedrückt hat, wie es war. Und das freut mich, dass auch die Perspektive da nicht immer nur auf das Sportliche gelegt wird, sondern auch um die Menschen, die drumherum sind. Und es freut mich, weil wir sind ein Gesamtes und nicht nur der sportliche Teil. Vielleicht noch ergänzend dazu. Das war ja auch eine Zeit, wo wir nicht nur Spieler verpflichtet haben, sondern wo wir auch viele Mitarbeiter verabschiedet haben. Das sind Scheißgespräche. Weitere Fragen? Vielleicht nochmal ein Wort zu den lobenden Worten. Ich würde das mal stellvertretend für das gesamte Geschäftsstellenteam entgegennehmen, weil da sitzen hinter den Kulissen auch viele Leute, denen es genauso ging. Vielleicht jetzt nochmal den Blick auf Erfurt. Das war den Part. Tim? Also die Mäusgabe ist klar, dass wir uns den Kracher nicht leisten wollen und können. Wir haben jetzt, wir haben gerade nochmal zusammengesessen. Es ist natürlich klar, man ist eingeschränkt von den Optionen her. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch das Thema Ausleihe ist diskutiert worden. Auch dort sind Spieler im Fokus. Wir werden auf jeden Fall das Wochenende nochmal intensiv nutzen, um die Qualität dieser Spieler abzugleichen. Höchstwahrscheinlich wäre ich auch nicht mit in Erfurt sein, sondern in dieser Angelegenheit unterwegs. Ich war auch die letzten zwei Tage in dieser Angelegenheit unterwegs, sodass wir dann Anfang der Woche gut vorbereitet nochmal abgleichen können und auch eine Entscheidung treffen können, die mittlerweile alle zufrieden sind. Manchmal wäre einem lieber, es handelt sich um eine Zerrung oder Muskelfaser, wo man ganz klar sagen kann, es dauert zwischen vier und sechs Wochen zum Beispiel, dass es eine tückische Krankheit, die nicht berechenbar ist. Das kann zwischen zwei Wochen, zwei Monaten oder einem halben Jahr gehen und dementsprechend kann man das nicht so beantworten. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Wir sind im regelmäßigen Austausch. Er erholt sich für sich, findet ein bisschen Ruhe gerade und dann muss man einfach nur abwarten und Geduld haben. Ich bin in Erfurter durch und durch als dort Geborener, habe viele Jahre an Jena zugebracht und von daher habe ich mit dem Verein Rot-Weiß Erfurt bisher keine Berührungspunkte gehabt, was meine eigene sportliche Karriere angeht. Und von daher ist es für mich zumindest ein ganz normales Spiel, wie viele andere auch. Doch schon als Spieler Jena Erfurt, das waren die Klassiker sowieso und als Trainer denke ich auch, das ein oder andere Mal mit Erfurt die Klingen gekreuzt. Ja, aber wie gesagt, Vorbereitung wie jedes andere Punktspiel auch, auch was meine eigene Einstimmung angeht. Ganz klar meine Eltern, die natürlich in Erfurt auch zu Hause sind und Freunde, Familie, privaten Bereich anzusiedeln. Ansonsten ist es ja so, dass ich zeitig aus Erfurt weggegangen bin, diverse andere Stationen erlebt habe und dementsprechend die Bindungen, was den Sport angeht oder den Fußball nach Erfurt, gar nicht mehr da sind. Zeichne ich nicht nur so, das ist so. Da bin ich geboren und aufgewachsen und das ist meine Heimatstadt. Da können noch so viele Stationen dazukommen. Der Erfurter bleibt Erfurter. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Entschuldigung, ich bin immer noch heißer von Montag. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 12 Uhr. Die Tageskassen bleiben im Gästeblock geschlossen. Im Vorverkauf haben wir 2600 Tickets an Dynamo-Fans verkauft. Insgesamt im Vorverkauf wurden in Erfurt 8500 Tickets verkauft. Und die Kollegen in Erfurt rechnen mit insgesamt 12.000 Zuschauern. Schiedsrichter der Partie ist Marco Fritz aus Korb. 36 Jahre alt, DFB-Schiedsrichter seit 2006. Hat bisher ein Spiel mit Dynamo-Beteiligung geleitet. Das war in der dritten Liga am 16.04.2011 beim 1-0-Sieg gegen Tusk Koblenz. Der Nachwuchsspiel wie folgt. Die U23 hat Heimspiel am Sonntag 14 Uhr gegen den Chemnitz FC 2. Mannschaft im Heinz-Steier-Stadion. Die U19 spielt ebenfalls zu Hause am Samstag 11 Uhr gegen Holstein Kiel im Stadion auf der Bodenbacher Straße. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen in Erfurt. Bis dahin. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017